Ich bewerte heute Juicy Bomb. Ich glaube, das sind alle, die ich brauche. Ich habe auf jeden Fall nur diese hier bekommen. Wir fangen an mit Granatapfel. Diese Sorte hatte ich tatsächlich schon vorher und ich dachte eigentlich immer, dass es Kirsch ist. Aber ich muss sagen, geschmacklich 10 von 10. Nummer 2 ist Lychee. Ich liebe die Frucht Lychee. Wow, das riecht so gut. Geschmacklich würde ich den Ganzen tatsächlich eine 9 von 10 geben. Und aussehen ist halt einfach nur durchsichtig. Und hier haben wir einmal Papaya. Hört sich sehr lecker und fruchtig an. Schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig, aber doch etwas künstlich. Geschmacklich würde ich den Ganzen eine 5 von 10 geben. Und Nummer 4 ist Bubblegum. Bubblegum hört sich immer sehr lecker an. Okay, ich finde auf den Lippen sieht der echt schön aus. Also der schimmert leicht lila. Aber geschmacklich ist es leider gar nicht mein Ding. Ich mag eigentlich Kaugummi-Geschmack, aber irgendwie, nee. Also geschmacklich 3 von 10. Und Nummer 5 ist Wassermelone. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Okay, der schmeckt echt ganz okay. Also geschmacklich würde ich den Ganzen auf jeden Fall eine 7 von 10 geben. Ich hoffe, da kann ich mit der equationeter Kirche auf der coтрueばfrumm transportation. Und so nach der mula.